Das Tagebuch von Dr. Henry Jones Geschrieben von Mark Falstein New Haven, Connecticut 3. April 1898 Letzte Nacht hatte ich eine Vision. Ich saß in meinem Arbeitszimmer und bereitete eine Zusammenfassung von Wolfram von Eschenbachs Parzival für Professor Seilers Literaturseminar vor. Ich genoss einen roten Bordeaux und ein halbvolles Glas stand auf meinem Arbeitstisch. Ich hatte gerade die Textstelle erreicht, in der Parzival zum ersten Mal ein Ding, genannt der Gral, der alle irdische Vollkommenheit übertrifft, in den Händen hält. Plötzlich schien es in meinem Arbeitszimmer heller zu werden. Als erstes dachte ich, es gäbe mal wieder Probleme mit der Gasleitung, doch dann fiel mir wieder ein, dass wir dank Marys Sturheit in einem modernen Haus mit Elektrizität leben. Es war mein Weinglas, das leuchtete. Mit einem Licht, das heller war als ein Dutzend elektrischer Lampen. Und dann, vor meinen Augen, und ich schwöre, dass ich an dem Abend nicht viel getrunken habe, schwebte das Glas über den Tisch und flackerte. Ein Moment lang schimmerte es wie der Vollmond und war am Rand mit Perlen besetzt. Einen Augenblick später verwandelte es sich in poliertes Metall und anstelle der Perlen erschien eine Inschrift. Wieder einen Augenblick später war es ganz aus Holz. Und das Zimmer war erfüllt von einer Stimme, die brüllte wie ein Sturm und gleichzeitig flüsterte wie das Geheimnis zweier Liebenden. Und die Stimme sagte, Henry Jones, wie vor alten Zeiten Ritter suchten nach diesem Schatz, so sollst auch du suchen. Und dann, das Ganze hatte nicht länger als zehn Sekunden gedauert, war alles still und das Weinglas wieder ganz normal. Nein, ich bin weder ein sehr frommer Mann, noch habe ich je richtig an Zeichen und Wunder geglaubt. Aber ich kann nicht widerrufen, was meine Augen gesehen und meine Ohren gehört haben. In meinem Herzen weiß ich, dass ich gerufen wurde. Ich wurde auf eine Suche geschickt. Ich, Henry Jones, erhielt die Gelegenheit, den Schatz der Jahrhunderte zu finden, das schillernde Objekt menschlicher Begierden seit den Zeiten von König Arthur, den Heiligen Gral. Von diesem Tage an werde ich mein Leben, mein Vermögen und mein Wissen der Erfüllung dieser Mission widmen. Ich werde den Heiligen Gral finden und dieses Buch soll Zeuge meiner Suche sein, auf das ich mich würdig erweise. Western Massachusetts, 24. August 1900 Ich bin in einem Schlafabteil an Bord der Lakes Flyer, auf der Rückreise von der Konferenz amerikanischer Forscher des Mittelalters. Ich freue mich, bald wieder zu Hause zu sein, bei meiner Frau und meinem kleinen Jungen. Nie wieder werde ich so naiv glauben, dass man einem Mann mit Doktortitel mit Würde und Respekt begegnet. Meinem Vortrag auf der Konferenz wurde mit Verwunderung, Ablehnung und Spott geantwortet. Meine Kollegen sind unumstößlich der Meinung, dass der Heilige Gral ein Märchen ist, dass ich mich besser um die Schätze irgendwelcher herrschaftlicher Wohnsitze oder um die Auswirkungen der Pest auf die Entwicklung mittelalterlicher Städte kümmern sollte. Das sind vielleicht wertvolle Forschungen für jemanden, der ein akademischer Sklave sein will, jemand ohne Vorstellungskraft, ohne inneres Feuer, ohne Vision. Mich beruhigt zumindest die Tatsache, dass Schliemann genauso ausgelacht wurde, als er nach den Ruinen von Troja suchte. Toujours l'audace Ein viel größeres Hindernis als die Skepsis meiner Kollegin sind die wenigen und sich laufend widersprechenden Berichte über den Gral. Es gibt nur Vermutungen, wie er aussieht oder was er überhaupt ist. Die ursprüngliche Legende sagt natürlich, dass es sich um einen Weinbecher handelt, aus dem Christus beim letzten Abendmahl trank. In diesem Becher fing Josef von Arimathea das Blut Christi bei der Kreuzigung auf. Dennoch kann das Wort Gral auch ein weit geöffnetes, flaches Gefäß, also eine Schüssel, bedeuten. Manche Quellen reden noch nicht einmal von einem Gefäß, sondern von einem Stein. Tatsächlich nennt Wolfram von Eschenbach es auch einen Lapsit Excellis. Er könnte damit Lapis Excoelis, Stein vom Himmel, oder vielleicht Lapis Exilis, den Stein der Weisen meinen, der alle Wunderdinge möglich machen sollte. Chrétien de Troyes, spätes zwölftes Jahrhundert, ist der erste Autor, der das Wort Gral benutzt. Sein Gral ist aus purem Gold und reich besetzt mit wertvollen Steinen und er strahlte in derart hellem Licht, dass der Kerzenleuchter verblasste. Eine Generation später beschrieb ihn Wolfram von Eschenbach als Stein, gefallen vom Himmel, getragen auf grüner Seide. Wolfram behauptet, er hörte die Legende von einem Minnesänger namens Kiot oder Gyort. Er fand sie in Spanien in einem Buch eines jüdischen Astrologen, geschrieben in himmlischen Zungen, wahrscheinlich arabisch oder hebräisch. Robert de Boron und andere Autoren des 14. Jahrhunderts geben keine genaue Beschreibung, aber reden immer von einem Becher, keiner Schüssel. Sie erzählen, dass er in einer Vision König Arthur und seinen Rittern erschien, bedeckt von weißer Seide. Der Gral schien aus eigener Kraft zu leuchten. Sie rochen ein betörendes Aroma und wurden auch vom Gral gespeist. Sir Thomas Mallory schrieb ein Jahrhundert später auch von dieser Vision, spricht aber von weißem Samt, nicht Seide. Dummerweise gibt auch Sir Thomas keine genaue Beschreibung. Aber er gibt an, dass Sir Galahad den Gral auf einem silbernen Tablett in einer mit Edelsteinen besetzten Trube fand. Dieser Haufen Widersprüche, diese unglaubliche Verwirrung. Wegen der Unsicherheit über das Aussehen des Grals werde ich die folgenden Seiten reservieren, um Berichte und Beschreibungen festzuhalten, damit ich sie später vergleichen und ihre Genauigkeit einschätzen kann. Die wichtigsten Elemente aller Beschreibungen habe ich unterstrichen, um sie später einfacher wiederzufinden. Es wird einem Überlebenden des Wikingerangriffs auf Iona im 9. Jahrhundert zugeschrieben. Offensichtlicher angelsächsischer Einfluss, Aber Papier und Farbe bestätigen die Echtheit Übersetzung von Henry Jones Ihre Schiffe wie Haie, wie Schatten Satans, Polternd wie Wale, die über das Wasser brausen, Ihre durstigen Äxte, getränkt mit unserem Blut, Liefen blutrot an in der endlosen Nacht. Und sie hielten die Fackeln an die heiligen Bücher, Warfen Schriften und Mönche zugleich in die Flammen, Das Wort und das Fleisch zugleich zu verbrennen. Der Becher des Herrn, Geschnitzt aus Holz des Friedensbaum, Auf silbernem Tablett und smaragdenem Samt, In unser Haus gebracht von Gelo dem Reinen, In den Tagen von Arthur, als Logres fiel. Das heiligste Relikt entrissen sie uns ins Land der Dunkelheit, Wo der Teufel regiert. An der Identität vom Becher des Herrn besteht kein Zweifel, Friedensbaum scheint zu bedeuten, Dass er aus Olivenholz ist. Das silberne Tablett und smaragdene Tuch Sind identisch mit dem silbernen Tisch Und dem grünen Tuch, Die von Chrétien und anderen beschrieben wurde. Logres ist Großbritannien. Gelo ist niemand anderer als Sir Gelaad. Ein Brief von Muhammad Ali Al-Jaf. Museum of Islam. Bagdad, Irak. 14. November 1909. Sehr geehrter Dr. Jones, In Qom hatte ich vor kurzem die Gelegenheit, Ein persisches Manuskript von Nur-ed-Din Al-Musafir zu untersuchen, Der eine bedeutende Figur im 12. Jahrhundert ihres Kalenders war Und weite Teile von Asien, Afrika und Europa bereist hat. Es enthielt dieses Textfragment, Das ich in keiner anderen Schrift von Al-Musafir entdecken konnte. Da ich von ihrem Interesse an dem genannten Gegenstand weiß, Nahm ich mir die Freiheit, es gleich zu übersetzen. Ebenso traf ich in Cordoba einen Mann, Der behauptete, das Gefäß gesehen zu haben, Dass das Blut des Propheten Isa, Jesus, Aufgefangen haben soll. Eine flache Schüssel aus Zinn, An vielen Stellen verbeult, Graviert mit einem Muster aus Trauben und Traubenblättern, So wie einer Schrift in der Sprache der Juden. Sie war eingewickelt in ein Tuch aus goldener Seide Und schien von sich aus zu leuchten. Wo auf Allers Erde er dieses Wunder sah, Konnte der Mann nicht mehr sagen, Nur, dass es nahe der Mündung eines Flusses war, Den er erreichte, als er südlich von einer Oase weiterzog. Ich hoffe, dieser Text kann Ihnen weiterhelfen. Friede sei mit Ihnen. Al-Jav Ufficio Telegrafico di Roma Habe erhalten Tagebuch Paolo von Genoa, Kaufmann, 13. Jahrhundert, Stopp. Erzählt Abenteuer bei türkischem Volkstamm in Zentralasien, Stopp. Leute erzählten von großem Keramikbecher, Leuchtet wie Mond, Stopp. Versteckter Ort bewacht von christlichem Ritter und tödlichen Fallen, Stopp. Er fand Fragmente eines Tagebuchs von einem christlichen Einsiedler in den Walisischen Bergen aus dem frühen 8. Jahrhundert. Das Tagebuch erläutert viele Aspekte des religiösen Lebens der britischen Völker während des dunklen Zeitalters. Von speziellem Interesse sei die Beschreibung einer Vision, von dem anonymen Chronisten entweder 717 oder 719 erlebt, betreffend den heiligen Gral der Arthur-Legende. Der bescheidene, hölzerne Becher, der Gottes Blut enthielt, deren Avalon ruhte in den Tagen König Arthurs, mit eingeschnitzten heiligen Symbolen und leuchtend mit dem Schimmer göttlicher Gnade. 7. Mai 1915 Entnommen dem Celtic Scholar, Frühjahrsausgabe, betreffend eine Konferenz über keltisch-britische Literatur nach dem Einfall der Sachsen. Muss nach England, um Hawken zu treffen, sobald dieser verdammte Krieg vorbei ist. Der junge Brody kennt ihn sicher. Gedichtfragment in walisischer Sprache, zugesprochen Taliesin. Gesungen von einem Schafhirten und Folkloristen in Moxrath, Wales und übersetzt von Henry Jones. 31.06.20 Silbern Fußnote Die Waliser sagten mir, dass das Wort Silbern auch noch mit Frostig oder Kristallin oder Leuchtend übersetzt werden könnte. Auf jeden Fall beschreibt es eine Eigenschaft des Gegenstands und sollte nicht mit dem Metallsilber verwechselt werden. Silbern wie der Schaum der See, hell wie der Spiegel von Bronwyn, duftend wie das Fleisch von Blodenwet, mächtig wie das Schwert von Bran, graviert mit Sprüchen der Segnu in der verlorenen Sprache des Ostens. Dies Gefäß, das Coracle von Gott, treibt das Alte vor dem Neuen aus. Bemerkung Ein Coracle ist ein rundes Boot, wie es immer noch von Fischern in Wales und Westengland benutzt wird. Deswegen scheint der Taliesin-Fers die Theorie zu unterstützen, dass der Gral eine Schale und kein Becher ist. Bericht von einer Vision der Äbdin Hildegard von Bingen Gefunden in einem Manuskript in der Bücherei der Benediktinerabtei von St. Gallen Offensichtlich von Hildegard selbst geschrieben Aus dem Lateinischen übersetzt und gekürzt von Henry Jones Am Karfreitag des Jahres 1163 war ich zur frühen Morgenstunde in der Kapelle. Und plötzlich schien es, dass die Kapelle von einem Licht erfüllt war, heller als der Tag, obwohl es draußen noch finster war. Und ich wurde vom Heiligen Geist besucht, und er hielt eine Vision von unserem Herrn am Kreuz. Und an seiner Seite stand Josef von Arimathea, der einen Kelch aus Messing hielt, um das Blut unseres Erlösers aufzufangen, und darauf waren, wie mir scheint, auf Griechisch die Worte eingraviert, nimm mich, denn dies ist mein Blut. Auszug aus einem Tagebuch eines byzantischen Kaufmanns in Kiew, frühes 10. Jahrhundert. Übersetzt von G. Godiroli, gesehen am 29.09.20. Und obwohl das Königreich der Russen heidnisch ist, gibt es viele Christen unter ihnen, und Juden und Sarazenen ebenso. Und auf dem Markt gab es einen Mann, der mich als Christen erkannte, und mir einen Kelch zum Kauf bot, von dem er sagte, es sei der heilige Kelch, der das Blut unseres Herrn Jesus Christus auffing. Aber ich war schon in Jerusalem und Antiochia, und viele Lügner und Scharlataner haben versucht, mir Knochen von Heiligen und Splitter vom Kreuz und Fetzen von Christi Kleidung zu verkaufen. Und der Kelch, den er hatte, war aus einfachem Metall, ohne Verzierung, und konnte sicher nicht der glorreiche Kelch unseres Herrn sein. Ein Brief von Lady Eleonora Ferris Lansdown The Meadows, Chatfield, Berks 2. Juni 1923 Lieber Henry, ich wurde heute auf ungewöhnliche Art und Weise an dich erinnert. Ich nahm meinen Tee mit Sir A.D., einem Gentleman, aber keinem Gelehrten, der in seiner Jugend ein Verehrer von Sir Richard Burton war, dem Abenteurer und Sprachforscher. Wie du weißt, verbrannte Lady Burton nach Sir Richards Tod viele der unersetzbaren Tagebücher von den Reisen in den Orient, weil sie angeblich lüstern und obszön waren. Beim Tee informierte mich Sir A., dass er in der Lage war, einige wenige von Sir Richards Schriften vor dem Feuer zu retten, und eine, die er genauer beschrieb, wird für dich von Interesse sein. Es scheint, dass ein Sufi-Meister in einem mohamedanischen Land Sir Richard erzählte, er wüsste den Standort der keramischen Schüssel, die die Ungläubigen als Gral bezeichnen, dass es eine Inschrift gab, die nicht in Arabisch noch in der Schrift der Juden oder Griechen oder irgendeiner anderen ihm Bekannten gewesen sei. Unglücklicherweise war im geretteten Teil dieser Schrift nicht zu lesen, wo dieser Moor die Schale gesehen hätte, nur, dass er ostwärts der Stadt gezogen sei. Einmal bezog er sich noch auf drei Prüfungen, der Rest war verbrannt. Ich denke oft an dich und freue mich auf den Tag, an dem deine Suche dich wieder nach England führt. Deine Eleonora Ferris Lansdowne Zeitungsartikel vom 23.04.27 Echtheit des neuen Evangeliums angezweifelt Alexandria Experten, die das sogenannte Evangelium des Josef von Arimathea untersucht haben, welches letzten Monat bei Ausgrabungen gefunden wurde, haben starke Zweifel an der Echtheit des Dokuments, wie Quellen aus dem Britischen Museum verlauten ließen. Gefunden wurde das Dokument in den Ruinen von Kosra, einer frühen christlichen Kolonie südlich von Alexandria. Es handelt sich um eine bisher unbekannte Beschreibung des Lebens Christi, dass Josef von Arimathea zugeschrieben wird, jenem reichen Mann, der Jesus nach der Kreuzigung begraben haben soll. Die Papyrusrolle, beschrieben in der koptischen Sprache des alten Ägypten, wurde von Kirchenleuten und Gelehrten gleichermaßen als Fund des Jahrhunderts gefeiert, als Ausgrabungsleiter Dr. Robert Hawes von der Ivy Universität es präsentierte. Aber andere Experten sind der Meinung, dass das Dokument nicht früher als im späten zweiten Jahrhundert nach Christi geschrieben wurde, wahrscheinlich sogar erst im siebten. Das Josef Papyrus liest sich einfach nicht wie ein Augenzeugenbericht, meinte eine Quelle, die ungenannt bleiben wollte. Es enthält einfach zu viel mittelalterlichen Hintergrund. Die Sache mit dem heiligen Gral passt einfach nicht in diese frühe christliche Literatur. Der sogenannte heilige Gral, der Weinkelch, den Jesus angeblich beim letzten Abendmahl benutzt und in dem Josef das Blut Jesu bei dessen Tod am Kreuz aufgefangen haben soll, taucht mehrfach in dem Dokument auf. Josef beschreibt ihn als einfache, flache Schale aus Bronze, die nach der Benutzung durch Jesu süße Düfte verströmte und mit dem Licht des Himmels schimmerte. Der Gral wurde zum Objekt von Verehrung und ritterlichen Abenteuern in den Geschichten um König Arthur und anderen Legenden des Mittelalters. Anmerkung Ich muss bei nächster Gelegenheit mit Horst sprechen. Ein Brief von Wolfgang S. Staubig, PhD Heidelberg, Deutschland 14. September 1932 Mein lieber Dr. Jones, ich würde mich für die lange Zeit der Stille entschuldigen, wäre ich nicht sicher, dass meine Neuigkeiten jede Entschuldigung überflüssig machen. Während ich letzten Monat auf Urlaub in Dubrovnik war, fand ich in einem antiquarischen Buchgeschäft ein offensichtlich echtes Exemplar von »Das Buch der Sprüche Merlins«. Wie Sie wissen, wurde die letzte bekannte Kopie dieser verbotenen Sammlung keltischer Magie im Jahre 1384 von der Inquisition verbrannt. Und so könnte meine Kopie einzigartig sein. Es wäre mir eine Ehre, Ihnen bei einem Besuch Einblick in das Manuskript zu geben, aber ich dachte, Sie wären begierig zu erfahren, dass sich das Buch auch mit einem Objekt beschäftigt, welches Sie besonders interessiert. Es wird beschrieben als ein Kelch aus Zinn mit einem sehr breiten Fuß. Um den Kelch herum sind in Aramäisch die Worte »Av bar ruach ha kodesh« »Vater, Sohn und Heiliger Geist« eingraviert. Eine passende Formel für einen Zauberer, weil dieser christliche Ausspruch als Quelle der Zauberformel »abra kadabra« gilt. Im Text beschreibt Merlin einen Spruch, um eine Vision dieses Kelchs entstehen zu lassen. Dummerweise ist dieser Spruch in alten Runen aufgeschrieben worden, und die Mönche, die die Schrift kopierten, waren mit diesen Symbolen nicht vertraut, sodass sie in meiner Ausgabe des Buches überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Professor O'Loughlin aus Dublin möchte sich an der Rekonstruktion dieser Runen versuchen, und auch ein junger französischer Gelehrter namens Beloc hat Interesse angemeldet. Kennen Sie ihn eigentlich? Sein Wissen ist beachtlich, aber ich finde seine Zusammenarbeit mit gewissen politischen Elementen in meinem Land schlicht geschmacklos. Auf jeden Fall hoffe ich, dass diese Nachricht schon bald einen Besuch von Ihnen zufolge hat. Es ist viel zu lange her, Dr. Jones, dass Sie und ich uns zugeprostet haben. Las Mesas, Colorado 14. November 1905 Die Saat, die ich auf meiner Europa-Reise gesät habe, scheint erste Früchte zu tragen. Heute erhielt ich einen Brief von Marcus Brody, einem jungen Gelehrten, den ich in Oxford traf. Er schrieb mir, dass die Abteil von Cantanee an der bretonischen Küste im Besitz von alten irischen Dokumenten sei, die den Gral als existierendes Objekt beschreiben und nicht als Legende. Ich kann die nächste Reise nach Europa kaum erwarten. Endlich fühle ich, dass die Suche richtig begonnen hat. Wenn ich an die klare Besessenheit der Ritterkönig Arthus denke, die ihre Suche nach dem Gral nur unterbrachen, um dann und wann einen Drachen zu töten oder ein Schloss voller Jungfrauen zu retten, wurde mir klar, dass diese niemals das Problem hatten, eine Frau und einen Sohn zu ernähren. Um fair zu bleiben, habe ich wohl weniger mit Drachen zu kämpfen, höchstens mal mit einer Schlange. Gerade jetzt schmollt Junior in seinem Zimmer bei zweiwöchigem Stubenarrest, weil er eine ziemlich große Schlange heimbrachte, die sich irgendwie in meine Schreibtischschublade verirrte. Er ist ein ziemlich unruhiges Kind. Wenn er keine Ratten im Keller jagt oder mit den Indianerkindern aus dem Reservat spielt, bringt er sich meistens in Schwierigkeiten. Trotzdem ist der Erz gescheit. Er kann schon bis 20 auf Lateinisch und Griechisch zählen und überzeugend auf Navajo fluchen. Und ich bin sicher, dass aus ihm mal ein Gelehrter wird. Brody hat recht. Die Abtei ist eine wahre Schatzkammer. Es war eine Menge Arbeit, das spezielle Manuskript zu finden, aber die Ergebnisse entschädigen voll und ganz. Den Gral gibt es tatsächlich und diesen Nachmittag sah ich den endgültigen Beweis. Einen Teil eines Gedichts, geschrieben von einem Überlebenden des Wikingerangriffs auf das Kloster von Jona. Diese Gemeinde besaß den Gral drei Jahrhunderte lang nach dem Tod von König Arthur und der Zerstörung Camelots. Aber wo ist er dann gelandet? Haben ihn die Wikinger nach Norwegen geschleppt? Haben sie ihn verloren oder gar vernichtet? Ihre Kriege zogen sie ostwärts bis nach Russland und südwärts gar bis nach Afrika. Ich wage nicht daran zu denken, dass sie ihn dabei irgendwo verloren haben. Mary kam gerade mit Junior in unser Zimmer zurück, der inzwischen unseren Gastgeber, Monsieur Roland de Aix, überzeugt hat, dass Amerikaner wild und unzähmbar sind, zumindest solange sie mit einer Schleuder herumlaufen. Wir müssen morgen wohl eine andere Schlafgelegenheit finden. Glücklicherweise hat Monsieur de Aix Katze bisher alles überlebt und wir müssen auch nichts für die angeblich unersetzbare Vase aus dem 13. Jahrhundert bezahlen, die ihren Scherben nach zu urteilen sehr viele jüngeren Datums war und höchstens ideellen Wert hatte. Gasthof Frosin Glasenheim, Österreich-Ungarn 16. Juni 1906 Ein Mönch in Katarnay erzählte mir, dass im hiesigen Schloss einige Gegenstände wären, die fester Teil der Graal-Legende sind, deswegen unser Abstecher hierher. In der Kapelle hängt ein Gemälde eines Franziskanermönchs mit einer interessanten Geschichte. Im Dorf erzählt man sich, dass der Mönch eine Beschreibung des Graals direkt von einem Ritter des ersten Kreuzzugs erhielt. Der Ritter behauptete, er und seine beiden Brüder hätten das heilige Relikt irgendwo in einer Schlucht tief in einer Bergkette verborgen gefunden. Der gelehrte, logische Mann in mir besteht darauf, dass diese Erzählung totaler Blödsinn ist. Der Franziskanerorden wurde mehr als ein Jahrhundert nach dem ersten Kreuzzug gegründet und die Technik des Gemäldes beweist, dass es nicht früher als Mitte des 13. Jahrhunderts angefertigt werden konnte, was bedeutet, dass der Ritter mehr als 150 Jahre alt gewesen sein muss. Aber der Träumer, der spirituelle Mann in mir hört diese Geschichte als Bestätigung seiner Vermutungen, dass der Graal tatsächlich ewiges Leben verleiht. Nun weiche ich mich gerade in einer uralten, gusseisernen Badewanne im Gasthaus des Ortes ein. Was für ein anstrengender Marsch mit einem Eselskarren rauf in die Berge zum Schloss und wieder zurück. Ich denke an meinen Sohn, der den Schlaf der Unschuldigen schläft und bete, dass er niemals eine solche anstrengende Reise unternehmen muss. Las Mesas, Colorado 22. Februar 1912 Können es wirklich sechs Jahre sein, seit ich das letzte Mal etwas in dieses Tagebuch schrieb? Konnten akademische Zwänge, Geldmangel und die Verantwortung eines Vaters mich wirklich so lange aufhalten? Das Schlimmste war allerdings Marys tragischer Tod. Ein Schlag, von dem sich weder Junior noch ich je erholt haben. Ich glaube, ich schaffe es nicht, alleine meinen Sohn zu erziehen. Junior wird von Monat zu Monat nur noch wilder und undisziplinierter. Aber mein Herz wird es nicht zulassen, dass eine andere Frau Marys Platz einnimmt. All diese Zwänge ließen mich diese Jahre in konventionellen Bahnen arbeiten und lehren, aber ich habe auf keinen Fall die heilige Mission aufgegeben. Ich bin anscheinend nicht der einzige Gelehrte, der an dieser Geschichte interessiert ist. Da gibt es noch andere Dummköpfe, die mein Verlangen teilen und wiederum andere, die, obwohl höchst skeptisch, meine ungewöhnlichen Interessen fördern und mich über neue Entdeckungen informieren, die den Gral betreffen. Vielleicht ist da mehr Romantik in ihren Seelen, als sie sich selber und ihren Arbeitgebern zugestehen. Neben dem jungen Brody in Oxford gibt es Staubig in Deutschland, den ehrwürdigen byzantischen Gelehrten Cody Rolli in Bologna und sogar einen Araber in Bagdad, der so nett war, wichtige Informationen an diesen Ungläubigen zu übermitteln. Ich muss es irgendwie einrichten, sie alle auf meiner nächsten Reise zu treffen. Heute erhielt ich ein Telegramm von Cody Rolli, das den Grundstein für diesen längst überfälligen Eintrag legte. Ich bin so neugierig, dieses Tagebuch des Paolo von Genoa zu sehen. Cody Rolli wird an der Jungfernfahrt des neuen Luxus-Schiffs Titanic teilnehmen, über das diesen Winter so viel geredet wurde. Ich bin regelrecht neidisch. Las Mesas, 22. Mai 1912 Cody Rolli ist ein echter Wunderknabe. Nicht nur, dass er die Katastrophe der unsinkbaren Titanic und den Verlust des Paolo-Manuskripts überlebt hat. Er besuchte mich in dieser verlorenen Wüste und präsentierte mir ein Dokument, das er in Konstantinopel fand und das vielleicht noch mehr Bedeutung für meine Suche hat. Cody Rolli gibt an der Westküste Vorlesungen und hat mir bis zur Rückkehr nach Europa das Pergament dagelassen, damit ich es in Ruhe kopieren kann. Das Pergament wurde mit anderen Dokumenten in einer Blechkiste gefunden, die in einer Mauer der großen Basilika von Sankt Sophia versteckt war und scheint aus dem mittleren 13. Jahrhundert zu stammen. Das Bild zeigt eine Art Glasfenster, aber was ich nicht kapiere, ist die Bedeutung der römischen Zahlen. Vielleicht ergeben sie zusammen mit dem Text auf der Rückseite Sinn. Dieser ist im koptischen Alphabet der frühen ägyptischen christlichen Kirche, aber es ergibt auf koptisch keinen Sinn und scheint eine Art Code zu sein. Cody Rolli brachte das Papier wegen einer Zeichnung am Kopf des verschlüsselten Texts mit mir in Verbindung. Obwohl nur grob angedeutet, ist es ein Trinkgefäß, auf dem im guten Aramäisch die Sprache Judäas zu der Zeit Christis geschrieben steht Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich habe nur wenig Hoffnung, das Glasfenster irgendwo intakt zu finden. Wahrscheinlich ist es seit langem zerstört, aber der Text könnte einen Hinweis enthalten, vielleicht sogar den Standort des Grals. Cody Rolli ist ein eleganter Edelmann, der trotzdem ein ganz schön abenteuerliches Leben geführt hat, wenn man seinen Geschichten mehr Glauben schenkt als denen eines Münchhausen. Ich gebe zu, meine Augen wurden beinahe so groß wie Juniors, als Cody Rolli seine Geschichten erzählte. Dummerweise scheint mein Sohn zu fasziniert von diesen Geschichten und Abenteuern zu sein. Sicherlich war es Cody Rollis Erzählung von seinen Eskapaden im Harem des Sultans und seine abenteuerliche Flucht, die Junia dazu verleitet hat, dieses spanische Kreuz zu stehlen. Ich fürchte, er ist zu wild, um jemals ein richtiger Gelehrter zu werden. Aber vielleicht ist es auch nur die Jugend. Philadelphia, 19. August 1916 Es war ein schlimmes Jahr in jeder Hinsicht. Zuerst der Europäische Krieg, der wieder einmal meine geplante Reise verschoben hat. Dann kam die Entfremdung von meinem Sohn, die mir solches Leid zugefügt hat, dass ich selbst in diesem Tagebuch nicht davon reden möchte. Und jetzt, hier in der Konferenz, ist das Maß voll. Gott, gib mir die Stärke, die Suche weiterzuführen. Manchmal verlässt mich schon der Wille. Diese Woche reichte ich zwei brillante Papiere über wichtige Themen der mittelalterlichen Literatur ein. Trotzdem hieß es überall, hier kommt Sir Galahad. Und hab gehört, Sie waren am Nordpol, den historischen Weihnachtsmann suchen. Und nehmen Sie Platz, Jones. Wir haben Ihnen etwas Wein vom Abendmahl aufbewahrt. Das letzte kam von Caruthers, der sich immer noch für diese kleine Komödie in San Francisco rächen will, wo er stolz von seiner Entdeckung einer echten Begräbnisurne der Inkas aus dem 15. Jahrhundert berichtete. Sicherlich habe ich ihn in Verlegenheit gebracht, als ich ihm die kleine Inschrift unter dem Deckel zeigte. Made in Japan. Und gestern hat er es mit zurückgegeben. Auf den Mond mit ihm. Ich sollte ja unempfindlich gegen solche Scherze sein, aber ich musste mich schon sehr zurückhalten, ihm nicht eins auf sein scheußliches Grinsen zu geben. Henry Jones, die weiße Hoffnung von Las Mesas. Vielleicht bin ich doch nicht würdig, den Kral zu finden. An Bord des Dampfers George S. Pilkington Nordatlantik 29. Juni 1920 Endlich kann ich mich wieder meinen Forschungen widmen. Waren es wirklich 14 Jahre, seit ich die alte Welt das letzte Mal sah? Der große Krieg ist vorbei, Europa wieder erreichbar, und ich habe ein ganzes Jahr, um in Ruinen und Büchereien zu stöbern, bis ich wieder an die Lehrarbeit muss. In Princeton! Meine normalen Forschungen haben genug Aufsehen erregt, um mich an diese hervorragende Universität zu holen, trotz aller Gerüchte über meine verrückte Besessenheit. Es tut nicht weh, Four Corners zu verlassen. Ich habe die Einsamkeit der Wüste gemocht, aber es ist zu weit von allen anderen Gelehrten entfernt, und außerdem gibt es zu viele Erinnerungen an Mary. Und natürlich Junior. Er liebte Colorado, aber trotzdem entschied er, dass dieses Land nicht groß genug für uns beide sei. Und seine systematischen Untersuchungen der Anasazi-Ruinen, kurz bevor er mich verließ, gaben mir Hoffnung, dass ich doch einen Gelehrten herangezogen habe. Ich habe keine Ahnung, wo mein Sohn steckt. Ich bete, dass er lebt, gesund ist und nicht im Gefängnis gelandet ist. Es bricht mir immer noch das Herz, dass er die Möglichkeit eines Studiums ausgeschlagen hat, um ein Leben zu führen, das Ausschweifung und Ruin gewidmet ist. Wo er auch stecken mag, ich vermute, er galoppiert über weites Land auf dem Rücken eines wilden Pferdes, rast in einem Automobil herum oder bringt ein junges Mädchen in Schwierigkeiten. Just diesen Abend sprach ich auf dem Promenadendeck mit einer jungen Dame, die ich beim Abendessen traf. Mir wurde schon ganz romantisch zumute, bis ich merkte, dass diese Frau, die so frei über Emanzipation, illegale Kneipen und die skandalösen Theorien Sigmund Freuds sprach, nicht älter war als mein Junior. Ich fühlte mich auf einmal sehr alt. Oxford, England 14. Juli 1920 Ich bin in meinem Element. Ich habe die letzten zehn Tage damit verbracht, artorianische Sammlungen im britischen Museum und der bordelianischen Bibliothek in London durchzukämmen. Marcus Brody ist der antiquarischste aller Antiquaria und war mir eine große Hilfe. Er stellte mich einigen jungen Gelehrten vor, die meine Arbeit unterstützen. Einer ist ein junger deutscher Jesuit, Bruder Matthias, der trotz des britischen Misstrauens gegen die Hunnen in Universitätskreisen sehr geschätzt wird. Matthias ist Student von Leben und Werk der Äbdin Hildegard von Bingen, der bekannten Komponistin, Dichterin und Visionärin des zwölften Jahrhunderts. Er berichtete mir über seltene Schrifte der Äbdin, die auch Visionen des Grals enthalten. Unglücklicherweise starb Professor Horst letzten Winter an der Grippeepidemie, aber ich durfte das Abergaveni-Manuskript einsehen. Horst war nicht an der Gralgeschichte interessiert und schenkte der Vision des Einsiedlers wenig Beachtung. Morgen geht es nach Wales für weitere Nachforschungen. The Purple Dragon Mokdreff, Wales 27. Juli 1920 Eureka! Gerade als ich begann, am Erfolg unserer Wales-Reise zu zweifeln, stolperten wir in dieses Dorf. Die Dorfbewohner erzählten die Legende, dass der Poet Taliesin, den die Chroniken als Schüler und Begleiter Merlins nennen, nach dem Tode König Arthurs in dieses Tal kam. Die Bewohner waren sehr hilfsbereit, nachdem ich mich als Freund erwies, indem ich einige Verse Taliesins zitierte und einige Dorfbewohner unter den Tisch trank. Taliesin konnte angeblich seine Form beliebig ändern und eine der Legenden sagt, dass er oft als Adler die Wege der letzten Tafelrunden Ritter verfolgt habe. Es wird erzählt, dass er auf Sir Parzival und nicht Sir Galahad wie in späteren Beschreibungen in seiner Einsiedlerei geblickt habe, nachdem dieser die Gralsuche beendet hatte. Und über den Gral selbst sang der Bader einen Vers, den ich an anderer Stelle in diesem Buch niedergeschrieben habe. Zu meiner Beschämung wachte ich mit schweren Kopfschmerzen in einem Strohhaufen im örtlichen Gefängnis auf. Ich gebe gern zu, dass ich letzte Nacht ein bisschen zu viel getrunken habe. Aber nur der Schwur von einem Dutzend Zeugen hat mich überzeugt, dass ich den Abend damit beendet habe, im Purple Dragon auf der Theke stehend einen Medley-Alter-Yale-College-Songs zu schmettern. Es macht es nicht gerade einfacher, dass Brody den ganzen Vormittag brauchte, um mich aus dem Gefängnis auszulösen. Wie ein Mann, der wie ein Bluthund ein seltenes Schriftstück aufspürt, sich in einem Dorf mit zwanzig Häusern verlaufen kann, weiß wohl nur der Schöpfer. St. Gallen, Schweiz 4. September 1920 Genau wie Bruder Matthias es versprach. Die Bibliothek dieser alten Abtei besitzt das Original einer Schriftensammlung von Ebden Hildegard von Bingen, in der sie von einer Vision des Kelches Christi berichtet. Das Ganze hat sich 1163 ereignet. Es existiert ein weiteres Buch der Visionen der St. Hildegard, zusammengestellt von drei Schwestern dieses Ordens, aber die letzte Offenbarung in diesem Band ist mit 1155 datiert. Die Ebden hat bis 1179 gelebt und der St. Gallen-Orden-Kodex gibt ganz klar Visionen aus den letzten 24 Jahren ihren mystischen Lebens wieder. Ich durchsuchte alles gründlich, fand aber keine weiteren Hinweise auf den Gral. Ich habe Hildegards Beschreibung des Grals an anderer Stelle in diesem Buch notiert, aber zwei andere Stellen der Schrift scheinen interessant zu sein. Am unteren Rand der Seite, auf der von der Vision berichtet wird, erscheint eine Zeile von Noten mit der Bemerkung Perhos Sonos Sepulcrum Aperis. Mit diesen Tönen sollst du das Grab öffnen. Die Ebden war an Musik interessiert, aber dies ist die einzige Stelle im ganzen Kodex, der mit Musik zu tun hat. Sepulcrum bezieht sich wahrscheinlich auf die heilige Grabstätte in Jerusalem. Ich habe die Musik in seiner ursprünglichen Notation Neumen genannt, kopiert und der hilfsbereite Vorsteher der hiesigen Kapelle hat sie für mich in moderne Noten übersetzt. Aber ihre Bedeutung bleibt doch ein Rätsel, genau wie der koptische Code in Codirollis Pergament aus Konstantinopel. Ich freue mich schon darauf, den alten Gauner in Bologna wiederzusehen, aber vorher muss ich noch einen Abstecher an den Rhein bei Bingen machen. Ebenso seltsam ist eine Ansammlung von Zeichnungen, die auf der gegenüberliegenden Seite erscheinen. Zwölf mittelalterliche Bilder in drei Gruppen zu je vier Stück, ausgeführt in einem Stil, der eher für das 15., denn das 12. Jahrhundert typisch wäre. Bei genauer Betrachtung war das Papier, auf dem diese Zeichnungen waren, von ganz anderer Struktur als der Rest des Buches, so als ob der Band einmal neu gebunden und dieses Blatt nachträglich eingefügt wurde. Ich habe diese Zeichnung kopiert, obwohl mir ihre Bedeutung weiterhin verborgen bleibt. Bologna, Italien 29. September 1920 Cotirolli erstaunt mich immer wieder. Er ist schon über 70, aber seine Energie gleich der eines 20-Jährigen. Gerade jetzt streunt er wieder durch die Gegend, während ich die Früchte seiner Arbeit während der Kriegsjahre begutachte. Feindliche Grenzen waren für ihn kein Hindernis. So reiste er einfach nach Konstantinopel, oder wie es heute heißt, Istanbul, und Russland, oder wie es heute heißt, die Sowjetunion, und brachte einige höchst faszinierende Stücke mit. Vor mir liegt ein Pergament, das dieser Wunderknabe aus den Ruinen von Kaffa in der Krim gerettet hat. Es ist ein Testament, geschrieben von einem jüdischen Arzt in gutem byzantischem Griechisch, der einen Franziskanermönch in der Stunde des Todes im Jahre 1267 betreute. Wie es scheint, pures Archäologenglück, war das derselbe Franziskaner, der das Kruzifix malte, das ich vor so vielen Jahren im Klassenheim sah. Der Franziskaner, der angeblich den Kreuzritter traf, welcher behauptete, er und seine Brüder hätten den Graal gefunden. Der Arzt schreibt, dass der Franziskaner schweren Herzens und voller Angst vor ewiger Verbannung in die Hölle war, weil er über Jahre hinweg das Versteck des Graals kannte und ihn doch nicht den Christen zurückbrachte, aus Angst, er sei es nicht wert, den Atem Gottes zu spüren und doch zu leben, auf dem Wort Gottes zu gehen und gerettet zu werden und den Weg Gottes zu beschreiten und nicht in den Abgrund zu stürzen. Ich bin mir nicht ganz klar, was das zu bedeuten hat, aber ich bin mir sicher, dass dieses Wissen sich noch nützlich erweisen wird, will man den Graal finden. Ebenso liegt vor mir die Übersetzung eines anderen Fundes von Cordirolli, ein viel älterer Bericht eines byzantischen Kaufmanns, der eine neue, verwirrende Beschreibung des Graals gibt. Seine Herkunft, Russland und das Datum, mittleres 10. Jahrhundert, lassen auf eine Verbindung zu dem Fragment schließen, das sich in Kantanee fand und das sich darauf bezieht, dass die Wikinger den Graal aus Jona stahlen. Von Kiew aus, mit all dem Handel und den Überfällen, die damals so typisch waren, könnte er problemlos nach Süden gewandert sein, wo ihn dann die Ritter des ersten Kreuzzuges fanden. Bingen war ein Fehlschlag. Es gab in all den Schriften der Ebden Hildegard keinen einzigen Hinweis auf die Noten im St. Gallen-Kodex und die Verwüstungen des Krieges im Rheinland zu sehen, war sehr bedrückend. Aber trotzdem war es eine gute Reise. Wenn es so weitergeht, finde ich den Graal noch, bevor ich nach Amerika zurückreise. An Bord des Dampfers Atlanta. Nordatlantik. 21. Juni 1921. Die Atlanta fährt westwärts über eine wunderbare, ruhige See und bringt mich heim von einer Reise, die ich als gescheitert betrachte. Die großen Fortschritte des Sommers wurden von drei Jahreszeiten falscher Spuren, Sackgassen und beinahe Treffern überschattet. In Italien, Deutschland, dem Balkan, der Türkei und dem Nahen Osten. Ich will nicht sagen, dass die Reise ohne Freuden war. Das Heilige Land war eine Erfahrung, ganz zu schweigen von dem Zusammentreffen mit Ley.de. Aber betrachtet man nur die Gralsuche, gab es nach Bologna nur Fehlschläge und Frustrationen. Aber ich kann mich ja noch auf Princeton freuen, neue Abenteuer als Lehrer und zukünftige Reisen nach Europa. Ich bin nun 45 und Codirolli macht mir vor, was man auch im hohen Alter noch alles leisten kann. Die Suche nach dem Gral umfasst ein ganzes Leben. Princeton, New Jersey 19. Juni 1923 Wie Sherlock Holmes sagen würde, ich arbeite wieder am Fall. Seit ich Anfang der Woche Lady E.s Brief erhalten habe, versuche ich eine Karte zu zeichnen, die auf all den Berichten basiert, die ich über das Gralversteck habe. Wie unvollkommen alles ist. Dieser Burton-Schnipsel, von dem Lady E. erzählte, spricht von einer Reise ostwärts der Stadt. Aber welche Stadt? Die Legende von Glasenheim nennt eine Schlucht inmitten eines Gebirges. Aber welches Gebirge? Und Al-Mosafirs Informant platzierte es nahe der Quelle eines Flusses, den er erreichte, nachdem er südwärts von einer Oase zog. Aber welcher Fluss? Welche Oase? Oase weist auf eine Wüste hin, aber welche Wüste? Anscheinend gibt es doch sinnvolle Forschung, die ich in New Jersey betreiben kann. Ich muss jeden Atlas, ob antik oder modern, durchsuchen, bis ich eine Karte finde, die meiner ähnelt. Und betreffend Lady E. Wer hätte geglaubt, dass sie sich so gut an mich erinnert? Ich fühle mich wie ein kleiner Schuljunge. Princeton, 29. Mai 1927 Die Neuigkeiten aus Ägypten haben mich den ganzen Frühling auf Trab gehalten. Ich habe Telegrafenämter heimgesucht und täglich mit Nachrichtendiensten in New York telefoniert, nur um jeden Schnipsel von Information zu erreichen, der Horst Entdeckung betrifft. Während alle Welt geradezu ekstatisch über diesen Lindbergh ist, hat das Papyrus aus Kosra meine volle Aufmerksamkeit ergriffen. Wenn das Papier tatsächlich das Evangelium nach Josef von Arimathea ist, dann könnte seine Beschreibung des Grals richtig sein. Und selbst wenn nicht, es könnte dem koptischen Kot, den Cordiroli fand, eine Bedeutung geben. Der arme Cordiroli, meine Sehnsucht, schleunigst nach Ägypten zu reisen, ist überschattet durch seinen sinnlosen Tod letztes Jahr in Rom. Ein alter Mann, auf der Straße zu Tode geprügelt, weil er gegenüber einem faschistischen Schläger eine rüde Geste gemacht hat. Ich habe einen guten Freund, einen unersetzbaren Kollegen und damit auch meine Reiselust verloren. Ironischerweise war just die Zeitung, die über seinen Tod berichtete, auch die, die mir die erste Nachricht von Junior seit über zehn Jahren brachte. Zumindest nehme ich an, dass der Dr. Indiana Jones, von dem im Zusammenhang mit der Ravenwood-Expedition gesprochen wird, mein Sohn ist. Ich bin froh, dass er lebt und seinen Doktor gemacht hat. Aber Indiana? Das war der Name unseres Hundes in Las Mesas. Der Junge versucht immer wieder, mich zu verletzen. Ich schrieb ihm nach seiner Expedition in Suikang einen Brief zu Händen Ravenwoods in Chicago, aber ich warte immer noch auf Antwort. Cambridge, Massachusetts 2. Oktober 1928 Endlich habe ich das Horse Papyrus gesehen. Ich kann nicht zu der Kontroverse über seine Echtheit beitragen, die sowieso nur Theologen interessiert. Es ist mit Sicherheit eine wertvolle Antiquität und im Interesse aller Historiker, egal ob es ein Augenzeugenbericht von Josef ist oder nicht. Es ist sowieso eine Abschrift und Übersetzung. Josef hätte in Aramäisch geschrieben, vielleicht auch Griechisch, aber sicher nicht Koptisch, das als geschriebene Sprache nicht vor 200 nach Christi existierte. Nur wenn ich den Gral finde, werde ich über die Genauigkeit des Berichts etwas aussagen können. Klinge ich verbittert? Vielleicht bin ich es, nach all den Jahren voller falscher Hoffnung, fauler Entdeckung und Enttäuschung. Die Suche nach dem heiligen Gral ist die Suche nach dem göttlichen Funken in uns allen. Aber heute fühle ich mich zu sterblich und fürchte, ich habe mein ganzes Leben an einen Tagtraum verschwendet. Salisbury, England 17. September 1930 Ich zittere am ganzen Leib, aber weder vor Kälte noch vor Angst. Ich schreibe diesen Eintrag in einer kleinen Zelle, die mir freundlicherweise von einem der Domherren dieser Kathedrale geliehen wurde. Hier, in einer geheimen Nische, hoch oben in dem Gemäuer, wurde diesen Sommer eine stark beschädigte Kopie des Tagebuchs des St. Anselm gefunden, als man den Dachstuhl reparierte. Brody gab mir die Entdeckung letzten Monat per Telegram bekannt. Wieso das Dokument hierher kam und nicht nach Canterbury, wo Anselm Erzbischof war, weiß niemand. Aber es scheint so, als sei es wegen einer Vision versteckt worden, die nicht gerade typisch für Anselm war und von manchen Priestern als satanisch angesehen werden könnte. Ich danke Gott, dass man nicht einfach das Manuskript zerstört hat. Die Textstelle stammt aus der Zeit, in der der große englische Theologe ins Exil ging. In der Mitte einer recht typischen philosophischen Abhandlung über die Natur Gottes brach Anselm einfach ab und schrieb die Worte Equestri Sepulcrum in unleserlich, Regina unleserlich, Dalamatier, des Ritters Grab in der Krypta von Königin, ein Name von Dalmatien. Darunter ist eine grobe Zeichnung eines Weinbechers, umgeben von einem Heiligenschein, über dem die Worte Christi Kalix, Becher des Christus, stehen. Und wiederum darunter steht folgender Text. Die Prüfungen sind drei. Zum ersten, der Atem Gottes. Nur der zur Buße bereite Mann wird bestehen. Zweitens, das Wort Gottes. Nur in den Fußstapfen des Herrn wird er wandeln können. Drittens, der Pfad Gottes. Allein im Sprung vom Kopf des Löwen wird er beweisen, was er wert ist. Am Rande von diesem Text waren zwei Zeichnungen, die ich hier reproduziert habe. Ein mechanisches Ding, das einem Pendel ähnelt, und ein Mann, der durch die Luft zu gehen scheint. Der Atem Gottes, das Wort Gottes, der Pfad Gottes. Dieselben rätselhaften Worte, die über eineinhalb Jahrhunderte später von dem Franziskaner ausgesprochen wurden, der das Versteck des Grals kannte. Ausgesprochen, als ob sie Prüfungen seien, deren er unwürdig sei. Plötzlich passt alles zusammen. Beide, Anselm und der Franziskaner, sprechen von drei Prüfungen. Das Börtenfragment spricht ebenfalls von drei Prüfungen. Das verlorengegangene Tagebuch von Paolo von Genoa sagt, der Gral wäre bewacht von tödlichen Schutzmechanismen. Ebden Hildegard hört in ihrer Vision Noten, mit denen du das Grab öffnen sollst. Sankt Anselm spricht von dem Gral in Verbindung mit dem Grab des Ritters in der Königin von Dalmatien, der lateinischen Namen der jugoslawischen Küste. Der Ritter könnte der Ritter des ersten Kreuzzugs sein, der dem Franziskaner über das Gralsversteck unterrichtete. Des Ritters Grab in der Königin von Dalmatien. Ich ziehe morgen nach Paris, von wo aus ich sofort den Orient-Express nach Belgrad besteige. Princeton, 1. Oktober 1932 Heute kam ein Brief von Staubig. Welch Ironie, dass das Buch der Sprüche Merlins in Dubrovnik auftauchen musste. Ich wäre viel erregter über diesen Fund, wäre da nicht die bittere Enttäuschung von vor zwei Jahren, als ich keine einzige Spur des Grals in Jugoslawien finden konnte. Merlins Bericht über den Gral macht Sinn. Die aramäische Inschrift ist identisch mit der im Kaffer-Pergament beschriebenen. Aber das bringt mich auch nicht der Sache näher, die mir nun seit 34 Jahren entwischt. Wie sieht er aus? Ich habe jetzt zehn Beschreibungen, jede unvereinbar mit den anderen. Wo ist er aufbewahrt? Ich habe eine beinahe unbrauchbare Karte und einen verschlüsselten Hinweis auf das Grab eines Ritters in der Königin von Dalmatien, das vielleicht mit einer Melodie geöffnet werden kann. Dankeschön, Herr Staubig, aber unglücklicherweise fällt ihre Entdeckung in die Kategorie zu spät, zu wenig. Neuigkeiten von Junior erreichen mich hauptsächlich durch die Presse. Erst neulich aus Indochina, wo er anscheinend nach einem Jade-Idol sucht, dem Dämonenaffen von Loeng Tran, der okkulte Kräfte haben soll. Ich kann einfach nicht seine Besessenheit für solchen Unsinn verstehen. Mein Gott, wonach sucht er als nächstes? Die verlorenen Städte von Tibola? Die heilige Bundeslade? Wie habe ich nur so einen Sohn aufziehen können? Und warum besteht er auf diesen lächerlichen Namen? New York 9. Dezember 1937 Was für ein Nah ich war! Ich hatte den Schlüssel zum Gral mehr als sieben Jahre zuvor in meinen Händen und habe ihn nicht erkannt. Nicht Jugoslawien, Venedig! Der Text in Anselms Manuskript wäre vollständig Equestri Sepulcrum in Urbe Regina Maris Dalmatiae, das Grab des Ritters in der königlichen Stadt der See Dalmatiens. Das ist die Adria, Venedig, die Königin der Adria. Dort werde ich das Grab des Ritters finden und in seinem Grab werde ich einen Hinweis finden, der das Gralsversteck enthüllt. Wie ich darauf gekommen bin, ist eine zu lange Geschichte, um sie in meiner Aufregung zu erzählen. Ich bin in einer Luxussuite im Plaza Hotel, bezahlt von einem gewissen Walter Donovan, ein reicher Industrieller und Sammler von Antiquitäten, der schon seit Langem ein Wohltäter und Mäzen von Museen ist. Er besitzt die Chroniken eines Franziskaners. Des Franziskaners, der in Kaffa starb, der vom 150-jährigen Kreuzritter das Versteck des Grals erfuhr, und so weiter. Und, noch erstaunlicher, ein Stück einer Steintafel, die die drei Brüder als Hinweis für die nach dem Gralsuchenden hinterließen. Donovan hat mir erlaubt, eine Abschrift dieser Tafel zu machen, aber geht man nach dem Bericht des Franziskaners, ist ein zweiter Hinweis, der zum Gral führt, mit dem Bruder des Ritters begraben. Das Grab des Ritters. Meine Gedanken über Venedig habe ich bis jetzt geheim gehalten. Donovan ist genauso wild darauf wie ich, den zweiten Hinweis zu finden. Er hat eine Menge Geld für dieses Projekt zur Verfügung gestellt und hat mich heute Abend gebeten, sein Forschungsteam zu leiten. Sobald ich mich von meinen Verpflichtungen in Princeton lossagen kann, soll ich nach Berlin fahren. Nein, fliegen, um mich mit einem Dr. Schneider zu treffen, der zusammen mit mir an dem Projekt arbeiten wird. Ich werde Venedig nicht erwähnen, solange wir nicht reisefertig sind. Donovan könnte diesen Schneider die Suche alleine anfangen lassen. Habe noch nie von Schneider gehört, muss staubig nach ihm fragen. Außerdem wäre es sehr beschämend, wenn ich mich täuschen würde, aber ich habe recht. Dieses Mal bin ich ganz sicher. Das war das Tagebuch von Dr. Henry Jones. Geschrieben von Mark Falstein. Übersetzt von Boris Schneider. Handschrift Christine Doth. Zeichnung von Steve Purcell. Art Direction USA Mark Shepard. Art Direction BRD Klaus Waag. Copyright and Trademark 1989 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Published by Softgold.